hallo jetzt willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal und heute ein kleiner quicktipp nenne ich ihn mal und zwar gibt es etwas neues auf youtube ein neues feature ich nenne es mal ein halbes partner feature denn es ist ja quasi jetzt etwas anders mit der partnerschaft man muss sich dafür nicht mehr bewerben sondern umso mehr aufrufe man hat umso mehr partner features werden einem freigeschaltet und heute möchte ich über das feature oder über zwei neue feature sprechen die jetzt so offiziell dabei sind die gab schon so kurz in der youtube beta oder wie man es auch nennen sollte war alles kurz versteckt aber jetzt soll das ganz offiziell sein und zwar unter video manager wenn wir darauf gehen haben wir hier das dashboard kann man hier drauf klicken kommt zum dashboard oder man klickt hier oben auf dashboard bei mir war das ganze schon etwas länger und zwar sieht man dann hier die ganze statistik die man so hat an abonnenten bzw an aufrufen man sieht ich habe 92 abonnenten durchschnittlich und meine video aufrufe letzten 30 tage liegt bei 85.207 und hier sind meine videos aufgelistet und die kommentare man kann hier oben auf den plus das ganze noch hinzufügen aber ich habe das ganze schon drin unter neuigkeiten wird immer angezeigt was es alles neues gibt bei youtube und zum beispiel du kannst dein upload jetzt in eine neue rasteransicht anzeigen lassen ändert die ansicht über die schaltfläche oben rechts auf der upload seite zum beispiel oder dieses feature es gibt eine neue vorlage die wir uns auch noch mal anschauen und am ende hiermit wo wird noch ein untertitel zu unseren videos hinzufügen können bei mir steht hier euch zuschauer 99 youtube partner ist hier aufgelistet video aufrufe meine abonnenten sind die auch drin übrigens dankeschön an die 8000 abonnenten vielen dank und jetzt schauen wir noch mal diese änderung an beim kanal wenn wir jetzt auf meinen kanal gehen kommt hier ganz normal unser kanal und wenn wir jetzt hier oben auf kanaleinstellungen haben wir dann unter informationen ein unter tabs war das ganze die übersicht haben wir hier live sender das habe ich auch noch nicht gesehen das ist auf jeden fall auch neu und wenn wir auf alles klicken dann haben natürlich alles aufgelistet überblick war diese auflistung genau wenn wir überblick hier aktivieren und das ganze hier mal fertig machen dann warten wir jetzt kommt jeder hier der automatische start haben jetzt hier rechts normal unsere sachen die wir vorher eingestellt haben und links kommen jetzt regale nennt das youtube hinzufügen das bedeutet wir können hier beliebig unsere sachen anpassen zwei neuste videos will ich jetzt hier haben und darunter was ich positiv bewertete videos die sind jetzt hier gerade nicht neueste beiträge die ich gemacht habe was ich hier zum beispiel jetzt mal mein lp oder mein mein like las kanal alles positiv bewertet habe oder kommentiert habe wird hier angezeigt neueste aktivitäten allgemein sind hier aufgelistet dann will wir die videos sondern die playlist also man kann hier viele sachen hinzufügen und das dann übernehmen und dann ist das ganze hier eingebaut man kann quasi jetzt das youtube design selber hier etwas weiter anpassen wir schauen uns doch mal das ganze für live an das habe ich jetzt noch nicht gesehen das ist scheinbar auch neu oder auch schon etwas älter ich weiß es nicht gehen wir mal auf live sender vielleicht ist dann für den live stream etwas besser aufgelistet die kommentarfunktion aber wie man hier sieht unter live sender ich weiß nicht verändert sich das wenn man dann ein hangout startet das kann ich jetzt gerade nicht sagen ich habe das ganze noch nicht getestet aber ich gehe wieder zu der variante blogger weil die gefällt mir eigentlich am besten machen wir wieder fertig und das waren so zwei kleine neue features auf youtube dies halt schon etwas länger gibt aber bei einigen noch nicht angezeigt wurde jetzt das ganze wohl offiziell draußen so wie ich das mitbekommen habe bei youtube weiß man das halt nie da kommen manchmal features da verstehe da verschwinden wieder features man weiß halt nie was so los ist und das soweit dazu am ende sage ich noch mal weitere ausführliche videos werden bald wieder wöchentlich folgen es tut mir leid dass ich das in letzter zeit das ganze etwas vernachlässigt habe etwa auf diesen etwas auf diesem kanal das liegt daran dass ich arbeitstechnisch doch ziemlich viel zur zeit zu tun habe ich möchte das ganze endlich möchte euch sagen dass es mir wirklich leid tut dass ich nicht videos machen kann aber wie gesagt in der nächsten zeit werden mehrere kommen auch wieder tutorials und diesen seta productor oder producer wie man das auch ausspricht werde ich wohl dann auch ein ausführliches tutorial machen weil sich viele leute das gewünscht haben und dann werden wir noch eine vernünftige homepage hier erstellen ich hoffe ihr seid in der zukunft wieder auf meinem kanal dabei ich würde mich freuen und ich würde mich auch freuen wenn ihr dieses video mit einem daumen nach oben bewertet und einen kommentar hinterlasst bis zum nächsten mal auf wiedersehen